Eine akustische Welle, also da ist so die Welle und ich soll ein paar Begriffe herausfinden. Erstmal die Amplitude, also die Amplitude, das ist das hier, Y im Millimeter, das heißt die Amplitude A ist, hier ist 1, 1 Millimeter, fertig. Das nächste, die Frequenz, die ist hier nirgendwo drin, aber die Zeit habe ich, eine Schwingung startet hier und endet hier. Das heißt, die Zeitdauer, das ist ein großes T für eine Schwingung, ist 2 Millisekunden, ist also 0,002 Sekunden und die Frequenz ist 1 durch die Schwingungsdauer, also 1 durch 0,002 Sekunden ist 500 und die Einheit ist Herz, 1 durch Sekunde ist Herz, äh, hier ist Sekunde. Ja, und als nächstes, ähm, die Wellenlänge, Lambda, die kann ich aus dem zweiten Graphen ablesen, das ist hier so ein festgefrorener, weil da habe ich, ähm, die x-Achse ist ein echtes x, also x-Achse ist in Metern, nicht so wie hier oben die Zeit, also da, da sehe ich die Welle so quasi von der Seite, was für eine, ja, ist die Stimmgabel, genau. Und eine Wellenlänge ist einmal rauf, einmal runter und damit sehe ich, äh, Lambda ist 0,6 Meter. Ich könnte das auch mit folgender Formel berechnen, was ich viel eleganter finde, c ist Lambda f, also die Schallgeschwindigkeit ist die Wellenlänge mal die Frequenz und damit ist die Wellenlänge die Schallgeschwindigkeit dividiert durch die Frequenz. Die Schallgeschwindigkeit ist 343 Meter pro Sekunde, Frequenz war 500 Hertz, das ist ja 1 durch Sekunde, die ganzen Sekunden kürzen sich, Meter bleibt übrig. Hier kommt ungefähr 0, also 0,86, also 0,7 Meter raus. Das ist was anderes wie hier oben, entweder ist die Aufgabe ungenau oder diese 343, das gilt nur bei 20 Grad Celsius und Trockenheit, die Schallgeschwindigkeit kann durchaus nach Wetter und Luftdruck sich ändern und deswegen muss das kein Widerspruch sein. Also würde ich die Aufgabe stellen, würde ich dennoch wollen, dass man das, also dass man diese Formel nutzt, ja, c ist Lambda f, ist eine sehr schöne Formel.